So, ja, endlich. Gut. Spielstand gespeichert und dann nicht hier noch eins und hier noch. So, und dieser hier auch. Braucht der noch was? Ne. Gut. Der ist jetzt voll überlastet, deswegen mache ich hier noch ein Lagerhaus dazu. Ähm, und dann brauche ich noch im Rundfaller rein. Und auf der anderen Seite eigentlich auch. Warte, der letzte Blick kommt gleich. Oh, da habe ich ja schön gemacht. Ähm. So, einmal hier und einmal da. Und hier genau kommt dann nochmal. So. So. Oh. Pünktlich auf die Minute. Wie, jetzt wenig Land. I come. Jetzt, äh. Die Waffenruhe wurde beendet. Mein Verlag, äh, ich meinte Ihr Verlag. Ihre Entscheidung. Mehr als bereit. War das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Wer kann es schon sagen? Jaja. Gut. Ähm. Meine Mutter wird auch immer nervös, wenn sie Aufruhr wittert. Ja, es ist ja nicht schlimm. So. Ich verschiebe jetzt alles um drei, oder? Warte, wenn ich hier. Ich habe hier immer. Eins. Eins. Zwei. Ne. Und zwei. Okay. So. Ja, aber ich, äh. Ich, äh. Ich, äh. Ich jetzt leider kurz schlecht. Die, äh. Eins. Zwei. Genau. Ja. Ah. Ja. dann, ich hab's nur falsch gemacht, ok. Gut, ich würde jetzt auch einfach Schluss machen und es dann einfach weiter laufen lassen. Also, es ist ja jetzt einfach ein nahtloser Übergang. Für euch natürlich nicht, aber für mich braucht es dann einfach auseinanderzuschneiden. Ohne Straße, Sie haben uns aus der... Ja, ja, die Straße kommt ja gleich wieder. Geduld, mein lieber Geduld. Nein, ey, jetzt muss ich das da alles. Hey, hey, hey. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Alter, was machen die denn da? So, und jetzt bekommen wir wieder eine Straße. Oh. Oh, zwangsumsiedeln. Und so sieht's dann da drüben aus. Und dann verschiebe ich den auch noch. Gut, hier, Straße weg. Eh, Straße. Straße, Straße, Straße. Weg. Ich hab nichts dagegen. Spielstand gespeichert. Warte, ich mach dann auch gleich die Straße weg. Und dann kann ich ja gleich, ähm, hier auch weitermachen. Warte, stimmt das jetzt, was ich jetzt hier mach? Ich wollte... Ja, doch. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Alter, was, was zicken die denn da rum? Sehr krass. Ja, jetzt meckert doch nicht rum. Alles ist gut. Ihr werdet nur ein bisschen verlegt. Deswegen habe ich halt das alles, äh, ehrlich gesagt, auch, aufgeschwungen halt. So... stressig ist. Oh, Mann. De, 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 de. Ich hoffe, bis ich hier fertig bin, ist nichts verschwindes passiert. Oder dass, äh, die anderen alles übernehmen und zerstören. Trotz aber, die alles nicht in Ruhe. So. Wichtig ist auch, dass, ähm, das, äh... Bitte nicht jeden herein, wissen Sie? Je mehr, ähm, Gegend, äh, oder je mehr, ähm, Inselmann besiedelt, desto mehr Einfluss braucht man. Also, das sei hier um. Und... Alter... Ja, aber hier, ups. Äh, ich bin gleich fertig. Ähm... Und, äh, desto... Also, äh, also, man kann jetzt quasi nicht hergehen und, äh, alle Inseln sofort, äh, besiedeln, wie es bei den alten... Äh... Ähm, äh... Anus war. Sondern man, man muss wirklich, ähm... Ja, man braucht viel Einfluss, um das eben zu machen. Ähm... Und das, äh, das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Also, es war dann schwerer... wäre mal das, äh, geredet latch... Swerer das Ganze. Äh... Ich też weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Madame ABC Ilka hat mich gerade voll abgelenkt. Say... Also, ein Genauer alter D história zu ein. für den Computergegner um ja unmöglich dann Fuß zu fassen weil ja er hat es eher dann kann weil er quasi um eine freie Insel mehr und müsste einen dann die Krise stellen aber da man die Rohstoffe ja es ist für einen dann auch kein Problem so jetzt so alt ist es doch schön warte wo hier war noch kein gut dann machen wir dich hier so sehr schön sehr schön dann müssen wir hier natürlich auch Denkmal so äh dann hier auf jeden Fall eine Steinstraße hin dann der hat auf jeden Fall hm okay der muss verbunden sein okay warte dann mache ich mal auf jeden Fall erstmal hier ähm ähm so einen schönen schönen Zwischending äh ne 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 no no äh Park und Plaza warte warte ah 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 da habe ich eine Idee und zwar Spielstand wir speichern hier fängt es so an dann geht es bis hier hin der wird abgerissen dann so dann geht es so äh nicht so weiter sondern so weiter der wird dann wieder abgerissen ich kann ja das eigentlich jetzt durch machen so und ähm dann das wird abgerissen mhm das wird abgerissen das wird abgerissen und mir fällt gerade auf dass ich das alles nur in es mangelt an Arbeitskraft ja aber nicht mehr lang Feuer wütet in einer ihrer Fabriken gut und hier machen wir Abschluss ne hier machen wir Deckung so so und jetzt ab klick 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 kl meet so so das sieht doch alles jetzt wie schön aus ich will aber hier, den da klick, klick, klick die sind jetzt alle ein bisschen wütend, doch nichts habe ich die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert dabei habe ich gerade den Falle zugenommen gut, aber das sieht doch schön aus also mir gefällt es so, ähm wo ist jetzt Feuer ausgebrochen ja natürlich und hier habe ich schon wieder keine Feuerwehr was ist denn los mit mir hä wieso habe ich hier keine Feuerwehr bin ich bescheuert Entschuldigung aber wirklich ich bin wirklich bescheuert hier habe ich doch bitte hier habe ich auch keine doch hier habe ich eine hier habe ich aber auch keine ah gosh gut äh, ja ist äh, mangelt an Arbeiter gut gemacht gut gemacht ah, ok ah, ok whiskey geht zugrunde nein aber kaufe ich den nicht gerade ein so, äh, wirtshaus geht nicht ganz bis dahinten ja dann, da mache ich halt hier auch noch ein wirtshaus nehm der Polizei, da wird sich zu freuen und auch gleich noch ne Feuerwehr damit hier nicht gleich wieder so zum Aufstand herrscht gut aber, äh, so finde ich es eigentlich echt schön ich sehe immer wieder die gleichen Gesichter und hier sind auch schöne Bänke ja komm so, und hier mache ich jetzt mal ich weiß halt nicht wie die dann später aussehen, weißt du also ob, äh, dazwischen dann dazwischen müsste eigentlich dann äh also ich, ich kann hundert mehr dazwischen in der in der in der in der in der mach mal machen wir einfach mal gut sind sie wieder hergekommen um über ihre heldentaten zu schwadronieren ich bin hergekommen um zu mit dir zu der Schrappchen schnapplurieren was du für ein Quark machst vielleicht sind sie der Drache und es geht nichts über den Versuch okay bei der anderen Welt okay die alte Welt die Wanderer Baumwollst haben die Wachenruhe wurde beendet okay hier Baumwollsam ah genau da ist ja noch was was ist denn los meine Frau meinte ich könnte sie ja mal fragen meine Kumpels und ich habe schon so viele erlebt in der Zieglerei jetzt haben wir uns geht so gut da kommt man auf verrückte Ideen ja ich habe euch doch schon mal ein Foto gemacht warte mal wo waren das ich mach einfach das gleiche nochmal oder warte wo war irgendwo habe ich dann auch das Meer ah hier glaube ich es mangelt an Arbeitskraft aber nicht mehr lang aber nicht mehr lang aber nicht mehr lang ja das passt hey sie haben wort gehalten uuuu selbstreparatoren plus 1000 das ist gut whisky ist immer noch low get low äh ganz ehrlich ich habe ich habe sechs äh schnappsbrennereien was sind denn da los hier was ist da los ITEMS Produktivität Holzfällerhütten aber das brauche ich nicht kündet das raschende Blätter von ihrem wie süßer Regen nach langer Dürre ähm warte mal ich schau mal ob die was haben Willkommen im Emporium Exit Warte ITEMS oh die haben ein Krokodil äh was für Museum auch Museum und Schiffe ok Museum hab ich ja noch nicht äh Piraten wenn aktiv Piraten ach so Karpaprief Hemd und Hose soll jeder für sich stehen dürfen Karpapratur Modus ist auch gut Rathaus wieso Prozent Zufriedenheit plus 4 und Aufstandsgefahr plus 10 Prozent im Markt und ach so oder wegen Klaus von Schöpfung wer kein Freibäuter ist ist Beute haben sie ein reines Gewissen Unterhaltskosten Minus 100 Prozent Alter Handelskammer Getreidefarm und Papier Paprika verbringt Getreidefarm ist gut Arbeitskräfte erforderlich ui 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 nur Hutmacherei ok Schnapsbrennerei haben sie ein reines Gewissen ja sehr gut aber Unterhaltskosten ok ich hab gerade ja gut da muss ich wohl das kaufen warte wer hat Prozent man muss was er noch unterwegs ich brauche einen der Minus zehn Prozent Minus zehn Prozent brauche ich Spielstand gespeichert aber habe ich hier nicht natürlich habe ich hier natürlich habe ich das in welchem Schiff habe ich das aber ähm ich muss jetzt eh nochmal hier aufrüsten also neue Bauern machen so und hm 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 aber wenn die der zu nah da sind unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen ja schon wieder die Waffenruhe wurde beendet so und hier nochmal meine Güte was soll der Geiz was soll der Geiz der kommt gut dahin der kommt überall gut hin hm ok dann kann ich mal mal die da updaten so jetzt habe ich genug jetzt habe ich genug Leute so ach jetzt wieder nicht wieso was ist denn los wieso geht es jetzt wieder runter hä häh die insel die insel eines konkurrenten wird belagert ich baue doch gerade kein boot oder so ach ach so warte warte ok aber schnapps ist jetzt konstant und müsste das doch wieder hochgehen was was immer sie sagen ich bin dabei ach jetzt ist Wurst runter hä wieso 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 kann ich ja wieso kann ich ja nochmal ähm mehr machen hier so so du gehst jetzt hoch du gehst jetzt auch hoch du gehst hoch so du kannst so bleiben hier habe ich ja oder 1 2 3 ok doch dann muss auch nochmal hoch so jetzt jetzt brauche ich neue Arbeiter dann mache ich die da so so ist es doch schön gut sie haben gerade keine Aufträge Expedition einige Kreaturen folgen uns ach so wow äh Bärenangriffe die Gruppe denkt über dieses sehr reale über diese sehr reale Gefahr nach als bedrohliche Brummlaute sie wie angewürzelt zum stehen bringen wie ein Totem richtig richten was wie ein Totem richtet sich 50 Meter von ihnen ein gewaltiges Exemplar auf ähm Tarnung benutzen den Bären angreifen ja Glück ich äh nehm ne Taunung ups selbst die hartgesauchtesten Seeleute finden den Gestank unerträglich ganz zu schweigen von der von der Ein Erniedrigung Sie erlenkt werden Extrem einzuschmieden das nicht er lässt von ihnen aber dann kann er nicht rinken ok ja weiter natürlich ich habe die ganze Zeit gedacht das ist halt noch offen ein guter Kapitän achtet die See er fürchtet sie ja Spielstand gespeichert gut wir wir haben schon wieder lang genug gespielt ähm und ich würde mal sagen ich höre auch jetzt mit der Session auf und äh das heißt ne upnot ähm warte ich schon mal ganz kurz noch in die neue Welt ihr wisst ganz kurz heißt bei mir sehr lang ähm ok Holz ist gut Essen ist gut das ist gut rum ist gut super alles ist gut vielleicht lebe ich ja ewig die ok warte dann könnte ich das jetzt noch mal ein bisschen mehr machen und dann rum in die neue Welt bringen so gut gut so und jetzt äh bringe ich nochmal mehr rum Verlager hier hier mach ich hier mal so jetzt kann ich auch was sehen so jetzt bringe ich hier nochmal äh neun Zuckerrohr hin so sehr schön und hier auch so gut und jetzt nochmal zweimal rumbrennereien und nochmal ein Lagerhaus so so und jetzt kann ich ne noch nicht mehr aber ich könnte ich hier jetzt ähm Depot machen ein Depot ich mach mal zwei Depots und so so da können die auch ein bisschen mehr arbeiten gut und umbreros brauche ich dafür wie Straße du hast doch eine Straße ach so die ist nicht verbunden Entschuldigung mein Fehler so so sie war in kacke aus aber wenn die nicht erst etwas schiff und der Beschuss warte 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 wieso Admiral auf der Brücke TNT TNT Bombe wo fährt denn die hin eingezeichnet sind unterwegs genug Süßwasser Matrosen versenkt für heute 70.000 habe ich nicht mehr verdammt soll ich den Teufel holen sie zeigen sie zeigen wir geben unser bestes wo fährt denn der hin jetzt hat ich ich bin verwirrt so stillgestanden er hat mir du darfst du schon auch eines konkurrenten hat einen angriff stand gehalten lotter erwartet befehle warte jetzt jetzt geht mal beide wirklich zurück hier was was Admiral auf der Brücke was ist denn los Kalikos erhaltsabschneider enthalten er ist ausgebrochen ein Handelschef eine wehrlose Handelsbrick wird von absteuerlichen Piraten geplündert ähm der Kapitän der Bricks der Brick hat viele Freunde in ihrer Mannschaft ähm Gefechtskunde Kampfkraft war ein schwerer Fehler sind zu schnell und habe die Initiative gezwungen sich zurück zu und hab schon Schlimmeres gesehen Uiuiui 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 Ich habe überlegt äh ob ich äh das unter Beschuss nehme Stiefelpolitur schmeckt gar nicht so schlecht wie ich dachte ich kann nicht glauben wie natürlich wissen sie was das beste ist ja ja natürlich so ähm sind sie die Ursache für mein Bedauern oh nein du bist eine sonderbare Art Genie eigentlich wollte ich da äh selbst eine Insel aufmachen aber ok ok die Flammen wurden gelöscht so gerade gebaut und schon äh Achtung Admiral anwesend äh und schon hier ne ihr wisst schon mh und wie ich äh angedroht habe habe ich jetzt ähm ja ähm Handelsrouter genau und zwar äh neue Welt hier alte Welt hier Uiuiuiui so ähm äh reinkommt äh rum annehmen äh rauskommt rum ok mehr als bereit aber der braucht unbedingt äh Unterstützung ein Feuer ist ausgebrochen alter was ist denn da los eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken Junge Junge äh bei der in jetzt habe ich wieder vier hundert so habe ich jetzt wieder vier hundert ist es so kühlt manchmal um kann man echt nicht von diesen Spielen weg ne egal denn dann schneide ich jetzt einfach wieder und das ist wie jetzt die neue die neue Episode die Flammen wurden gelöscht so so und um vier fünf die Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020